Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und diesmal wieder zu einem sehr speziellen, besonderen Vlog. Denn ich stelle mich wieder einer kleinen Challenge und wer da das Thumbnail oder den Titel schon gelesen hat, der wird wahrscheinlich auch schon wissen, worum es geht und zwar werde ich eine Woche lang, sieben Tage, auf Zucker verzichten. Das habe ich damals tatsächlich schon öfter mal gemacht und es war auch gar kein Problem damals, aber ich habe lange, 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 lange keine Zuckerpause mehr eingelegt so richtig und habe ein bisschen Angst davor, weil ich Zucker liebe, beziehungsweise ich nehme gar nicht so viel Zucker zu mir. Und mit Zucker meine ich übrigens nicht den Fruchtzucker in Obst oder den Zucker, den man allgemein ja in Kohlenhydraten findet. Ich meine wirklich nur diesen Haushaltszucker, also raffinierten Zucker, Rohrzucker, sowas meine ich. Und den werde ich jetzt für sieben Tage weglassen. Ich habe hinten alles abgecheckt auf den Verpackungen, dass in den Zutatenlisten auch wirklich kein Zucker mit beisteht und ein paar Ersatzprodukte gekauft und werde euch jetzt quasi eine Art Food Diary zeigen, was ich esse und ab und zu auch zwischendurch mal so ein bisschen, ja, ein Update geben, wie ich mich fühle. Also ich denke, ich werde schlechte Laune bekommen. Also ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwie Stress habe und dann so ein bisschen Zucker, also irgendwie mal, ich weiß nicht, ein Riegel oder sonst irgendwas, das tut schon echt gut. Es geht gar nicht ums Abnehmen oder so. Also ich glaube, viele haben auch bei meiner Pamela Reif Challenge das total falsch verstanden. Es ging einfach nur um eine Challenge, um es mal auszuprobieren. Und ich meine, gesund leben ist ja auch nichts Verwerfliches in erster Linie. Das ist ja eigentlich was Gutes, ob man jetzt damit abnehmen will oder nicht. Man kann ja immer was für seinen Körper tun. Und es muss ja nicht alles immer ästhetische Gründe haben, dass man sagt, ich möchte jetzt aber dünner werden. Ich möchte nicht dünner werden, ich bin zufrieden, aber ich möchte einfach mal gucken, was so mit meinem Körper passiert oder so eine kleine Entgiftung quasi. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und ich hoffe, ich werde nicht zu genervt von dem Ganzen sein und von mir selbst. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt auch an. Let's go! So, das heutige Frühstück besteht aus Joghurt, Himbeeren und da kommt dann noch ein bisschen Honig mit drüber. Achso, ein Haferflock natürlich, das ist jetzt mein Frühstück. Und ja, vielleicht esse ich dann noch ein paar Reiswaffeln, aber auch wieder ohne Zucker. So, und jetzt gibt es zum Mittag mal wieder einen Snack. Ihr wisst ja schon von meinem letzten Video, dass ich mittags immer nur snacke. Und da gibt es heute wieder einen Acai-Bowl. Da ist Kiwi drin und in dieser Acai-Bowl, also in dem lilanen, ist zum süßen nur Dattelserup mit drin. Und das Granola ist selbst gemacht, auch ohne Zucker, nur mit Honig. Also, ja, und dann mit Himbeeren, Kiwi und Bananen. Ich liebe das. Ich kaufe das mal bei Rewe von Pamela und das ist einfach so lecker. Und zum Abendessen gibt es jetzt so eine Art Bowl, Poké, Poké-Bowl. Und da ist unten Reis drin, dann Tofu, Mango, Tomaten, Avocado, Mandeln, selbstgemachtes Dressing und Sesam und schwarzen Kümmel. Genau, das werde ich jetzt essen. Da habe ich keinen Zucker oder so dran gegeben. Gesüßt habe ich das Ganze mit Honig, also das Dressing. Und ja, sieht auf jeden Fall eigentlich ganz gut aus, oder? Heute gibt es mal wieder, wie jeden Morgen, meine Himbeeren mit Haferflocken, Honig und Joghurt, Naturjoghurt. Dazu gibt es dann gleich noch Reiswaffeln mit Hummus. Der ist von Garden Gourmet und ja, das werde ich jetzt essen. Yummy! So, zum Mittag mal wieder. Ich traue mich gar nicht mehr, euch das zu zeigen, meine Acai-Bowl. Da bin ich gerade dabei, das vorzubereiten, aber ich wollte euch mal zeigen, das hat mir meine Mama mitgegeben. Hafer Crunch mit Nüssen und da ist auch kein Zucker drin, sondern einfach nur Honig. Und es gibt jetzt auch einen Kaffee und zwar habe ich mal die hier mitgenommen. Das ist nämlich Kaffee ohne Zucker, habe ich extra gekauft. Das heißt, ich kann meinen leckeren Kaffee trotzdem genießen, aber ohne Zucker. Und deswegen mache ich das jetzt mal und das ist auch so, so lecker. Das müsst ihr echt mal ausprobieren. Ich muss sie mal fragen, wie sie das machen und dann in irgendeinem Video euch mal zeigen. Ach, und das hier ist übrigens der Dattelserum, den ich immer benutze, zum Süßen. Und der ist von Kaufland. Also, den habe ich bei Kaufland gekauft. Und ich habe auch noch eine Alternative zu Schokolade gefunden bei Kaufland. Also ohne Zucker und zwar die hier. Die ist mit Kokosblütenzucker. Total cool. Schmeckt so okay, aber wenn man wirklich richtig Bock jetzt auf Zucker die Woche hat, oder wenn ich da richtig Bock drauf habe, dann ist das eine richtig gute Sache. Und meine letzte Mahlzeit ist super unspektakulär. Ich habe einfach so ein Gemisch hier. Das ist von, ich weiß gar nicht, von so einer Marke wie Uncle Benz, aber das ist nicht Uncle Benz. Das ist roter Quinoa mit Reis. Dann Tofu selbst angebraten und gewürzt. Ein bisschen Felssalat, Gurke. Und ja, das ist jetzt mein Abendessen. Das muss einfach schnell gehen. Ich hatte keinen Bock noch groß zu kochen, deswegen werde ich jetzt das. Also heute gibt es zum Frühstück mein selbstgemachtes Bananenbrot, natürlich auch ohne Zucker. Und dann habe ich hier so einen Kokosaufstrich von dm. Und der ist auch ohne Zucker. Der ist mit Kokosblütenzucker und Agavendixsaft, glaube ich. Nee, mit Agavendixsaft, genau. Und dazu wieder Reiswaffeln mit Hummus und einen Kaffee. Hier haben wir übrigens das Bananenbrot, das ich gestern noch gebacken habe. Also das Stück bekommt gleich meine Oma. Und das hier ist mein Stück. Und ich finde, ich habe übrigens die grünen Textmarker am Finger. Ich finde, das sieht richtig gut aus und es schmeckt auch richtig gut. Das Rezept habe ich einfach von Chefkoch. Wenn ihr bei Google Bananenbrot googelt, dann ist das erste Rezept von Chefkoch, das da rauskommt. Das esse ich übrigens, um keinen Zucker oder irgendwas zu mir zu nehmen. Möhren. Ja, und ansonsten bin ich gerade am Kochen. Ich mache jetzt selbst hier so eine Art Radenspinat, aber mit natürlich ohne Zucker. Und alles so fettarm wie möglich. Oder so gesund wie möglich zumindest Kartoffeln. Und davon mal noch ein Ei rein. Weil ich hatte so Appetit am Spinat. Oh, da freue ich mich drauf. So als Kind hat man das ständig gegessen. Der Spinat mit dem Blub und so. Und jetzt gibt es das gleich. Aber in gesünder. So, und das ist jetzt in meinem kleinen Food Diary mein Abendessen. Ich weiß, super unspektakulär. Überhaupt nicht fancy heute mal. Aber ich hatte so Lust auf ein ganz normales Essen. So wie früher bei Mama. Und deswegen habe ich das gemacht. Also selbst gemachter Spinat. Dann habe ich zwei Eier in die Pfanne gehauen. Und Kartoffeln. Das esse ich jetzt super lecker. Hatte ich echt. Also ich habe das gestern bei irgendeiner auf Instagram gesehen. Und seitdem konnte ich an nichts anderes mehr denken, als an Spinat. Ich weiß nicht warum, aber ich habe aktuell so oft Heißhunger auf irgendwas. Und ich kann es gar nicht erklären. Aber das muss jetzt einfach sein. Heute ist Tag Nummer 4. Und ich dachte mir, ich gebe mal so einen kleinen Zwischenbericht. Ich habe euch ja schon mal ein Frühstück und auch mein Mittagessen gezeigt. Also ich esse ja echt fast jeden Tag diese Acai-Bowl. Und eigentlich jeden Tag. Deswegen zeige ich das nur noch ganz kurz, damit es euch nicht langweilt. Heute Abend habe ich dann wieder was anderes geplant. Und ja, wie geht es mir aktuell? Also ich muss sagen, es fällt mir gar nicht so schwer. Weil ich ja trotzdem diese ganzen anderen süßen Sachen essen kann. Wie Obst und Honig und solche Dinge. Es geht ja wirklich nur um industriellen Zucker. Der aber natürlich in vielen Dingen ist, die ich auch super gerne esse. Wie zum Beispiel in Schokoriegeln oder in Nutella. Das fehlt mir tatsächlich so sehr. Mein Schoko-Aufstrich morgens, Nutella oder irgendwas, das fehlt mir richtig. Also da kann dieser Kokos-Aufstrich auch echt nicht mithalten. Das fehlt mir. Aber ansonsten geht es mir noch ganz gut. Ich habe nur bemerkt, dass ich mehr Heißhunger habe. Ich esse schon die ganze Zeit Tomaten und sowas, damit ich gar nicht auf die Idee komme, Zucker zu essen. Aber ich merke halt, dass mein Körper versucht, jetzt auch noch nach vier Tagen, es irgendwie zu kompensieren. Aber ja, ich versuche auf jeden Fall stark zu bleiben, sieben Tage durchzuhalten. Und ich glaube, ich werde es auch beibehalten. Ich bin sowieso niemand, der super viel Zucker isst. Und ich will damit ja auch nicht abnehmen oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur darum, es einmal auszuprobieren. Und diese Sucht, die man leider auch hat, und das ist einfach so, wir sind süchtig nach Zucker. Ich trinke ja auch nur Wasser zum Beispiel. Mich einfach mal von dieser Sucht zu befreien. Und ja, es ist einfach mal eine Challenge. Und ich halte auf jeden Fall durch. Also das kriege ich schon hin, jetzt noch drei Tage. Chavi auch noch. Hier haben wir jetzt mein Abendessen. Also da unten ist Reis. Und dann habe ich hier Mango, Tomate, dann noch den Rest von meinem Tofu. Und dann eine Avocado kleingedrückt und da so ein Avocado-Topping drüber gemacht. Und noch Sesam. Und ja, das ist wieder so eine Bowl. Die lasse ich mir jetzt schmecken und freue mich sehr darauf. Nach so einem sehr langen Tag, vor allem ohne Zucker oder ohne, ja, was Süßes, tut das bestimmt jetzt richtig gut. So Tag Nummer 5 ohne Zucker und heute fehlt er mir schon. Ich hatte heute einen so stressigen Tag. Ich habe ihm jetzt nochmal hier eine Bowl gemacht. Und das ist eine Bowl wie gestern eigentlich. Also die ist wieder mit, ja, mit Reis. Und diesmal auch so ein Gemisch aus Curry-Reis und Quinoa. Dann Avocado, das Avocado-Topping von Joss Spices. Gurke, Sesam, Mango, dann noch Tofu, den ich vor ein paar Tagen angebraten hatte. Und Tomaten. Ja, und heute fehlt mir der Zucker echt sehr. Deswegen habe ich jetzt so Bock auf diese Mango. Ich habe auch noch die andere Hefte im Kühlschrank. Die esse ich gleich noch so als Nachtisch. Und wir haben jetzt schon irgendwie 10 Uhr. Ich habe es einfach nicht geschafft zu essen. Also ich habe heute zum Mittag übrigens eine Acai-Bowl gehabt. Das habe ich aber jetzt nicht gefilmt, weil ich esse es im Moment jeden Tag. Ich bin so ein richtiger Gewohnheitswinsch, was Essen angeht. Und ansonsten diese Schokolade, die ich euch gezeigt habe, die hilft auch. Wenn ich zwischendurch richtig Bock auf was Süßes bekomme, dann hilft die. Und ansonsten Obst. Ich esse sehr, sehr viel Obst. Also Vitamine sind bei mir aktuell sehr doll vertreten. Da kann mein Körper sich nicht beklagen. Und was auch hilft, ist Wasser trinken. Sehr viel Wasser trinken. Und Tag 6 startet auch wieder mit Himbeeren und Haferflocken, Joghurt und Honig. Und einen zuckerfreien Latte Macchiato. Und danach gibt es noch Reiswaffeln mit Hummus. Gerade am Lernen. VWL. Mein Lieblingstier macht nicht. Und weil gerade so der Zucker dran kam, habe ich mir jetzt einen Apfel genommen. Und dazu gibt es Wasser mit Zitrone. Das ist nicht wegen Zucker oder so, sondern einfach, damit ich Vitamine und so reinbekomme. Und jetzt mache ich mal weiter hier. Aber das ist auf jeden Fall was ganz Gutes. Das hilft immer. Also so als Tipp, wenn ihr wirklich Bock auf was Süßes bekommt und so einen richtigen Drang, dann hilft meist auch ein Apfel. Nicht immer, aber ganz oft. Tag Nummer 7, der letzte Tag. Und ich habe hier mein letztes Frühstück. Und zwar habe ich wieder, wie jeden Tag, eigentlich meine Himbeeren mit Haferflocken, Honig und Joghurt. Und heute hatte ich so Lust mal auf richtiges Brot. Und deswegen habe ich mir so Laugenstangen gemacht. Dazu wieder einen zuckerfreien Latte Macchiato. Und ich esse die gleich einfach mit Schinken und meinem Hobos, den ich einfach so liebe. So als Snack gibt es solche Granatapfelkerne. Und die sollen ja sehr gesund sein. Ich finde die auch echt eigentlich ganz lecker. Also wenn man guten Granatapfel erwischt hat, dann sind die auch ganz lecker. Und ja, das snacke ich jetzt auf jeden Fall. Jetzt seht ihr mal mein letztes Abendessen. Also für diese Challenge auf jeden Fall. Und zwar habe ich jetzt einfach diese gelbe Linsen-Nudeln genommen. Habe die mit ein bisschen Schinken angebraten. Also ich habe jetzt mal irgendwie ein bisschen Fleisch dazu gepackt. Aber nur ganz wenig, so magere Schinkenwürfel. Und dann Avocado mit dem Avocado-Topping von Just Spices. Ein Ei durchgeschlagen oder zwei Eier durchgeschlagen. Und ja, das ist jetzt mein Abendessen. So, Tag Nummer 7 ist vorbei. Ich habe gerade noch lecker gegessen, wie ihr gesehen habt. Und ja, was kann ich sagen? 7 Tage, kein Zucker. War gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Es gab zwischendurch Momente, wo ich echt dachte, wenn ich jetzt nicht gleich eine Schokoriegel bekomme, dann werde ich jemanden verprügeln. Aber da ich sowieso super wenig Zucker zu mir nehme, industriellen Zucker. Also das wollte ich auch nochmal sagen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es erwähnt habe. Aber ich rede nur von industriellem Zucker, Rohrzucker, von so etwas. Da muss man so aufpassen. Also auch diese Woche habe ich so oft die Lebensmittel umgedreht und hinten geguckt. Auch beim Einkaufen dachte mir, ach, da ist auch Zucker drin. Das darfst du nicht essen diese Woche. Das war nicht so cool. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf Schokolade. Auf richtige Schokolade. Was ist mein Fazit davon? Kommen wir mal dazu. Also erstens muss ich sagen, bevor irgendwer wieder meckert, ich möchte nicht abnehmen. Das ist nicht mein Ziel. Das ist wirklich eigentlich nur eine Sache. Ich finde es interessant und es sind ja auch Dinge, die meinem Körper nicht schaden. Ich würde euch niemals hier irgendeine Null-Diät irgendwie zeigen. Ich bin kein Diätfreund. Aber so etwas wie Zucker zum Beispiel finde ich gar nicht schlecht, weil Zucker wirklich für den Körper nicht gesund ist. Außer zum Beispiel Hochzucker und solche Sachen. Obst und so ist echt wichtig für den Körper. Also da gibt es auch noch andere Aspekte. Tut eurem Körper das bitte nicht an. Genau, das wollte ich einmal kurz sagen. Mein Fazit ist, also meine Haut, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich hatte, als ich die Challenge angefangen habe, echt noch so ein paar Unreinheiten auf der Haut. Das ist bei mir leider immer hormonell bedingt. Und das hat eigentlich nichts mit der Ernährung so richtig zu tun. Ich kann es mit der Ernährung ein bisschen verbessern oder ein bisschen verschlechtern. Aber ich glaube, dass durch diesen Zuckerverzicht meine Haut ein bisschen klarer geworden ist. Das finde ich ganz gut. Das ist auf jeden Fall schon mal ein positives Zeichen. Ich habe nichts Negatives festgestellt. Außer, dass ich vielleicht zwischendurch mal ein bisschen genervt davon war, weil ich gerne Zucker zu mir nehmen wollte. Aber ich habe so viele tolle Alternativen gefunden, dass es mich letztendlich gar nicht wirklich gestört hat. Was ist mir noch aufgefallen? Figurlich habe ich keinen Unterschied gemerkt. Das kann man in sieben Tagen auch nicht feststellen. Es ging mir auch gar nicht um die Figur, sondern wirklich um mein Wohlbefinden. Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich sehr auf meine Ernährung achte. Ich achte wirklich darauf, Dinge zu essen, die mir gut tun. Und auch vor allem, ich esse auch sehr, sehr oft das Gleiche, weil ich einfach so ein Mensch bin, wenn mir was schmeckt, dann kann ich das auch tausendmal essen, wie ihr gesehen habt. Und deswegen stört es mich auch nicht, mich gesund zu ernähren, weil ich da so meine Sachen gefunden habe, die mir schmecken. Aber ja, vielleicht war es ein bisschen Inspiration für euch. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ich als nächste Challenge machen soll. Vielleicht, ich überlege, ob ich mal eine Woche vegan lebe. Also, falls ihr das sehen wollt, kann ich es gerne mal in Betracht ziehen. Mein Fazit, wie gesagt, ist, man merkt die Sucht. Und das hat mich ein bisschen schockiert, dass man so abhängig davon ist. Das war Nummer eins. Nummer zwei, ich habe sowieso nicht viel Zucker in meinem Ernährungsplan. Das fand ich sehr gut. Es gab gar nicht so viele Situationen, wo es schwierig wurde, da irgendwie darauf zu verzichten. Nummer drei, meine Haut ist ein bisschen besser geworden. Da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich daran lag, weil ich kriege einfach einen Zucker auch eigentlich nicht so schnell Pickel. Aber sie ist trotzdem besser geworden. Also, es gab keinen negativen Aspekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dann. Ciao.